Willkommen zurück in Los Angeles. Ich stehe jetzt vor dem L.A. Hafen. Wie man ganz schön im Hintergrund sehen kann. Ich habe heute wieder eine Menge geschafft. Wir sind eigentlich schon den ganzen Tag wieder am drehen. Ich drehe jetzt kurz vor euch dieses Video. Weil hier auch gerade eine andere Location suchen. Weil ich denke mal immer mein Zimmer zu sehen ist auch irgendwann mal langweilig. Und ja, heute waren wir in Beverly Hills. Ich habe mir die ganzen fetten Villen von den ganzen Stars angeschaut. Und jetzt fahren wir dann gleich wieder weiter. Leute, das ist ein Wetter. Das ist ein Leben hier auf der Insel. Ist der Rheinehammer und so. Sonnenschein, schöne Autoships, schöne Mädchen. Was will man denn? Wir sehen uns morgen wieder.